Hey! Was soll das? Wieso hupen Sie denn, wir ein Blöder? Ich bin bereit. Avenue de Chavannes in Courbeuat. Da müssen wir quer durch ganz Paris, wissen Sie das? Wenn es nebenan wäre, hätte ich Sie bestimmt nicht gerufen. Wie alt schätzen Sie mich? Keine Ahnung. 80 Jahre? Chameur. Ich bin 92 Jahre alt. Die Ärzte glauben, es sei besser für mich, wenn ich in einem Heim wäre, aber... Hey! Vorsicht! Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir einen kleinen Umweg nach Versan machen? Das liegt nicht auf dem Weg. Ich weiß, ich weiß. Ich würde gern mein altes Viertel wiedersehen. Okay. Der erste Mann, den ich geküsst habe, war Matt. Das war im September 1944. Alles vergeht blitzschnell. 76 Jahre später, habe ich immer noch den Geschmack seiner Küsse auf meinen Lippen. Seit 30 Jahren habe ich nicht mehr geraucht, aber heute ist was Besonderes. Wissen Sie, was mein Vater immer gesagt hat? Jeder Wutanfall macht dich etwas älter. Jedes Lächeln macht dich etwas jünger. Sie sollen wissen, diese Reise im Taxi... ...mit Ihnen war eine schöne Fahrt. Haben Sie Lust, sich den Bauch vollzuschlagen? Oh ja! Realistisch betrachtet sind wir frühestens in einer Stunde da. Wie? Nein, 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 nein. Meinen Sie das ernst? Ich bin mir leicht, sie sollen, pulley 로 zu! Untertitelung des ZDF, 2020